Kann man zu dem Song auch ein Intro machen? Zu dem Mark Forster-Song? Weiß nicht, Chad. Wollen wir ein Mark Forster-Intro haben? Also wir haben ja so Kinderserien als Intro. Ihr wisst, dieses Pokémon-Ding haben wir... Aktuell haben wir super viele verloren, weil die alle auf meinem PC sind in Berlin, aber wir haben aktuell Pokémon und... Was ist das zweite? Friends, oder? Ah, nee, Drake und Josh. Drake und Josh? Ja, und ein paar haben wir auch wegen Cancel-Gründen und schlimmen, weirden Sachen nicht mehr usen können. Mach als Outro. Boah! Ein Mark Forster-Outro? Oh, doch, Au Revoir würde schon Sinn machen. Was ist denn... Gibt es einen richtig traurigen Mark Forster-Song? Mark Forster-Song, traurig. Ah, ich weiß nicht, Au Revoir. Einer dieser Steine? Frag Tony. Ey, könnt ihr mir nicht sagen, dass Tony ja so Reefed nicht aussieht, als wäre sie Mark Gebauer-Hörer. Äh, Mark... Was? Bro, Mark Forster-Hörer meine ich. Guck mal, das Bild schreit doch nach, ich höre Radio. Das ist doch ein Average-Deutsch-Pop-Hörer hier, den wir sehen. Könnt ihr mir nicht sagen, dass es nicht so ist?